Ja, ich bleib aber mal ganz still. Wie weit ist eigentlich weit? Genug weg? Ich hab vorhin Pfeile gefunden. Ich weiß aber nicht wo lange laufen bin. Ah, da ist ein Schrank, keine Tür. Bin ich von hier gekommen? Da nicht reintreten, wir haben dazugelernt. Ich glaub ich bin richtig, die Kamera ging kaputt. Jetzt find ich das Papierding noch nie wieder. Oh, die Tür zu. Vielleicht kommt's ja nicht durch Türen durch. Was haben wir hier? Ganz viele Kinder in Regenmäntel. Da haben wir Pennys Weiß Hideout gefunden. Ist er hier, wenn er mal nicht die kleine Stadt theorisiert? Was ist das? Eine Zange. Okay, ich kann Ketten jetzt knipsen. Das ist immer das gleiche Kind. Sonst kann ich nichts mitnehmen. Aber wir haben schon mal was dazu gewinnen. Komm. Das weiß ich nicht. Pfeile. Pfeile ist gut. Glaub ich zumindest. War das mein Schatten oder war das Monster das? Da ist kein Pfeil. Aber ich geh trotzdem mal rein. Oh, hallo Ladies. Wie geht's euch denn so? Alles frisch? Alles fit? Schön leise. Fett pletzt mich nicht. Oh, da. Ja, da komm ich doch niemals durch. Hi. Wie bist du denn? Ich bin der Uwe und du? Ich komm mal zu dir. Du bist doch auf der anderen Seite. Du bist jetzt bestimmt weg, oder? Ne, du bist noch da. Oh, hier war ein neues Spielzeug. Ein Zug. Okay. Nehmen wir mit. Okay, diese Sachen kann ich mitnehmen. Ich weiß nicht, ob das von Vorteil ist, wenn ich so einen Plastikzug dabei habe oder Holzzug. Aber wenn ich einen brauche, habe ich einen. Sind das mehr geworden? Das sind mehr geworden. Aber die machen mir nichts, oder? Ups. Sie machen mir doch was. Sie schreien. Okay. Okay. Merke. Puppen nicht mehr anlaufen. Zum Glück war das andere Viech nicht in der Nähe. Hätte ich echt ein Problem. Du musst sechs Sachen finden. Ach, schon mal gut. Ich habe eine. Nehme ich an. Oh, wenn ich muss, muss das ungünstig. Guck mal, ein Pool. Oh, bitte lass doch nicht so ein Amisier-Fiech sein. Muss ich das hier nehmen? Ich weiß, Wasser ist nicht so geil. Wasser sollte man nicht so... Wo ist denn Flamingo? Muss ich in das Wasser? Ich würde gerne speichern, bevor ich an das Wasser gehe. Okay. Was passiert, wenn ich in das Wasser gehe? Okay. Ich konnte den Flamingo nicht hochheben. Es hat mich auch nicht gefressen, aber es kam sehr nah. Why? Das ist eine gute Frage. Hat er das Monster? Mein Ball. Irgendwo ist ein Ball. Ich habe immer einen Spind gefunden. Okay. Noch ein Spind. Ich weiß nicht, ob das gut oder schlecht ist. Soll ich vielleicht auch mal. Ich hoffe, das hilft mir. Ich weiß nachher, was ich gemeint habe. Ich hoffe, das hilft mir. Ich weiß nachher, was ich gemeint habe. Wie weit geht das? Wie weit geht das? Bei den Türen? Ah, guck mal. Ah. Das war's. Take. Okay. Okay. Danke für den Tipp. Hier sind keine Schatten. Er ist nur angemalt. Ist das anleuchten? Hm. Okay, tschüss. Mach den Tür mal zu. Aber nur die eine. Okay. Okay. Manche Sachen in den Schatten sind keine Schatten. Das zum Beispiel. Ich möchte die Tür einfach zumachen. Macht sie die Tür auf? Sie schreien die Tür an. Noch da? Hm. Okay. Es gibt einfach Sachen, die schreien. Und die werden wahrscheinlich das große Böse uns andocken. Das mich fressen kann. Ich würde gerne speichern. Ich weiß aber nicht mehr, wo das Zimmer ist. Oh, ich hab in die Luft geschrien. Das Talent, oder? Fernseher. Nice. Ich kann speichern. Oder? Das ist am Fernseher. Das ist am Fernseher. Das ist am Fernseher. Nice. Saving. Nice. Das war Pfeifen nicht springen. Fuck. Unglück war keiner da. Ich will springen. Wieso lässt mich das Spiel nicht springen? Ich hab eins zu. Ich hab einen Regenmantel. Ich muss wahrscheinlich dieses augenlose Kind finden. Oder Infos oder Hilfen. Irgendwas, was damit zu tun hat. Da waren die Regis. Und ein Teddy. Und ein Bunny. Ich wollte das Bunny hochheben, aber geht nicht. Okay. Hat auch scheinlich keinen angedockt. Ist das was zu heißen? Ich bin in die Scherben gelaufen. Was ist das? Da ist was in der Mitte. Das ist der Pool. Aber in den Flamingo komm ich doch nicht. Geh jetzt mal nicht den Pfeil entlang. Wer hat da klopft? Was? Mist. 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 Kannst du da weggehen? Okay. Trink mal einen Schluck. Ich kann mich ganz schön erschrocken gehen. Ich wollte schon zimpfen. Wer hat da geklopft? Weil das war das große böse Monster. Das ist da lang gelaufen. Ich musste auch lang, oder? Da war ich drinnen. Nur einmal. Was machen? Da ist der Pool. Hier wollte ich weiter. Ah, da lang. Da lang. Hier war ich glaube ich noch nicht. Auf jeden Fall noch zwei Zunge-Türen. Das mit der Kamera ist halt auch unterstressig. Was ist hier mit? Egal, ich mitnehmen, okay. Wenn ich meine Fuß abdrücke? Also so wenig. Okay, ist halt hier nochmal sehr viel. Ah, hier ist das Kaninchenchen, okay. Ist das dann im Kreis offen. Ja, eben. Leute mit Eimern sterben nicht. Ich bin jetzt im Kreis. Was haben wir hier? Boxen! Ist dahinter was? Ich bin jetzt im Kreis. Was haben wir hier? Boxen! Ist dahinter was? Okay, hier sind noch mehr Türen. Und nicht quatschen. Bin ich wie kleiner geworden? Was hätte ich so groß? Ah, die Quizfrage. Wo lang macht's Sinn? Ah, das war die Lampe. Ich dachte, hier kommt wieder irgendein Viech. Das ist das nächste, so ein Wiese-Insekt. Das sind eh eine Menge Mäuse. I see you. Wann ich auf die? Ich kann auf die Mäuse laufen, ohne dass es Krach macht. Kommt er da rein. Ja. Schwierig. Oh, da ist was. Da ist was. Medizin. Tick. Die werden wir gut brauchen können. Ist die noch irgendwo lang? Nein. Gut, wir haben Medizin. Das ist schon mal eine sehr gute Sache. Sehr nice, dass wir Medizin gefunden haben. Wenn wir ein Autschi haben, können wir es heilen. Wer von euch war das? Wer hat mich verpetzt? Was gibt's denn? Was gibt's denn? Oh, wie verwirrend ist das Ding hier aufgebaut. Ach, Feeling. 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 Feeling your sanity. Nee, eigentlich nicht mehr. Ich glaube, die ist schon längst weg. Das ist ein Pfeil. Das Pfeil. Das Pfeil war gut. Das Pfeil war Sache, die ich brauche. Das Pfeil war gut. Das Pfeil war Sache, die ich brauche. Meisten. Das ist weg gelaufen. Hast du mich gehört? Nee, ich glaub nicht. Ich dacht schon mein Lachen hat es auf mich aufmerksam gemacht. Das ist weg gelaufen, okay. Oh, ich dacht schon mein Lachen hat mich hier so umgebracht. oh hier sind diese ich glaube ich bin in der falschen klasse ich weiß nicht ob das gut war ach du bist weggegangen ist aber höflich von dir geht noch einer von euch weg weiter darüber ist das was spannendes ach so du bist jetzt da ist die tür wieder aufgemacht oh da ist so ein schloss dran ja krieg ich das auf kann ich da irgendwie mit interagieren ich kann das nur drehen wenn ihr das auch machen keycode habe ich nicht okay kann ich einfach einen reinschreiben und der funktioniert dann ich glaube so funktioniert das nicht ok vergess das wieder hätte ja sein können auch zu weit weg soll mich ja nicht drauf kann ich eigentlich einmal anbauen nö muss ich noch verdammten code finden was soll ich den denn finden hier klasse 2b so kann ich das monster hören oder bilde ich mir da nur einen mal hier guck mal hier waren wir doch hier doch der zettel wo ich das spiel kaputt gemacht habe hier ist wieder das kind ah oh ich mache mir einen neuen freund sein name ist ich denke sein namen war lee oder larson ich kann mich nicht erinnern an art of pain ich denke ich schließe gerade kann das nicht sein jetzt ist derzeit weg ich war hier irgendwo ein Spind ich weiß nicht nur aber ein Spind ich weiß nicht nur aber ein Spind nicht nur das funktioniert das? keiner da, gehen wir oh er geht tatsächlich weg ich hab hier zwei sachen Oder das ist hier die Flashlight auch schon. Ich fahr gerade am Zettel lesen. Aber da war noch was. Geh weg. Obwohl, ich kann ja eigentlich irgendwo stehen, um die Schnauze halten. Aber ich hab mich auch in den Zettel gesehen. Weiß ich nicht. Ich hab keine Ahnung, was ich gesagt hab. Ich hab gesagt vielleicht, Moment, ich muss lesen. Okay, wo war er mir? Also, ich hab bei seinem Haus gespielt. Dort ist es kalt, aber es ist kalt hier unten. Im Keller. Und er möchte mich nicht nach Hause gehen lassen. Okay. Er wollte uns jetzt fressen. Der Lee. Oder Leonard. Wie auch immer jetzt weiß. Der Lee hat nun gleich genauso... Wahrscheinlich hab ich den Zettel geschrieben. Der hat nämlich ein genauso gutes Name ausgedacht. Da hat jemand geguckt. Gucken wir Leute sind okay. Gucken Leute haben mich nur nicht angegriffen. Ich nehm's zurück. Das war ja ein Angriff, aber schön war es auch nicht. Was ist sonst drin? Da ist was, da ist was, da ist was, da ist was! Der Batterie! Die nehm ich mit. Ah, da ist ein Tafen! Eih, da ist aber gleich cool! Was steht denn da? Ah, da ist ein Bild! Von? Ich hab keine Ahnung was das sein soll. Kann ein Stück Brot sein. Das wird halt als Meer! Was ist das denn? Boah, Pfui! Boah, Pfui! Das muss doch stinken. Ach, guck mal, jetzt sind wir wieder weggegangen. Manche Monster sind schon höflich. Die gehen am wenigsten aus dem Weg. Ah, hier. 4, 7, 3. Ah, der Code, der Code, der Code. Jetzt muss ich die Schule wiederfinden. 4, 7, 3. Hi, wie geht's? Soweit ganz gut. Etwas verlaufen, aber sonst geht's gut. What the fuck? Wer war das jetzt? Wer schreit mir ins Ohr? Für Wichiger, wer luckt das Monster an mit dem Geschreie? Hier lang? Waren wir hier schon? Oder müssen wir... Wait. Auch hier ist wieder so eine schreiende Tussi, kann das sein? I see you, I see you, I see you, I see you, ja. Hoffentlich nicht. Mitnehmen. Mitnehmen. Okay. Könnt ihr mal mit dem Krach aufhören? Weil man kommt mal ein Monster und ich bin nicht dran schuld. Dann haben wir was Neues. Do you remember? No. Äh, nee. Eigentlich nicht. Ich kann nicht heilen. Ah, hier ist der Fleischraum. Ich glaub da muss ich... Ah, hier sind Pfeile. Okay, Pfeile sind gut. Ja, das ist so verwirrend. Ich weiß, dass du mich nicht sehen möchtest. Aber ich stehe recht neben dir. Tust du das? Äh, ja, tust du. Okay. Ich zweifle das nicht mehr an. Ich kenn das Spiel. Ja? Nice. Ja, ich hab schon zwei Sachen gefunden. Eine Eisenbahn und so ne gelbe Jacke. Ich wurde auch nur zweimal getötet. Pfeile. Pfeile, 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 Pfeile. Pfeile ist gut. Ich hab drei Sachen. Ich hab noch was Rotes. Ne Mütze. Ist doch Pennywise. Der hat den kleinen Georgie runtergebracht. Ne, wait. Hat der Georgie ne Mütze? Er hat auf jeden Fall so nen gelten Mantel an. Aber schön, dass das eine Viech mich nur fressen kann. Die allein erschrecken mich nur. Ist okay. Sterbe ich wenigstens nicht. Die Taschenlampe bringt gefühlt auf gar nichts in dem Spiel. Ne, ist das offen. Da war gar nicht mehr gesehen. Ist da was drin für mich? Äh, einfach nicht. Ich hab ne Knast gefunden. Ich hab ne Zange. Ich hab ne Zange. Ne. Pfeile irgendwo? Ach ja. Do you remember now? Ne, immer noch nicht. Bin ich der kleine Junge mit dem gelben Mantel? War ich schon mal hier? Ob das alles verdrängt? Macht da mir ja noch das Licht aus. Ich erst mal da hin. Ah, da. Falt, 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 falt. Wait. Hier war ich doch. Hier geht's jetzt mal rein. Ja. War ich da jetzt schon überall? Oh, ich hab keine Ahnung mehr, wo ich war. Was? Ich kann nix hören. Bin ja schon vorbeigelaufen. Vielleicht hast du auch die Lola gehört. Die läuft hier ein bisschen. Ich muss die 2b wiederfinden. Ich hab den Code. Ja, aber da komm ich ja her. Macht ja nicht keinen Sinn. Wer soll ich doch da gar nicht herkommen? Ich hätte aber gerne noch wieder mal einen Speicherplatz. Ich dachte, da erscheint jemand hinter mir. Oh, das ist auch meine Schrittanscheinend. Ach da. Tick, 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 tick. Wo kommst du denn jetzt her? Fack, ich hab eigentlich wirklich, dass der jetzt auch noch da ist. Oh nein. Jetzt muss ich es hier wiederfinden. Jetzt hab ich hier. Oh nein. Aber ich hab den Code oder ändert er sich. Ich hab auch noch mal gel spat. T voleмо hier mit. Oh nein. Ich hab dich. Bis zum nächsten Mal.